Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Feuerwerksvideo hier auf meinem Kanal. Heute habe ich die Blackbox Mythos für euch. Eine wirklich sehr cool designte Batterie hier mit dem Einhorn drauf. Gefällt mir schon mal sehr gut, das Design. Der ganze Spaß hat auch, wo steht's, da steht's, 132 Gramm NEM verteilt auf 10 Schüsse. Ist gar nicht so wenig, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, schauen wir, was das Ding kann. Wobei ich ja immer noch davon ausgehe, dass es ein Mythos ist und dass die Batterie gar nicht wirklich gibt. Okay, der war unterirdisch, ich weiß. Aber dennoch würde ich sagen, viel Spaß bei der Zündung. Die Mythos von Blackbox. Viel Spaß. Wirklich riesige Goldzerleger. Sehr schön. So, das war die Mythos-Batterie von Blackbox. Wirklich eine super, super schöne Batterie. Lohnt sich für den geringen Preis auf jeden Fall. Für Klasse 2 Verhältnisse wirklich super, super schön. Also, ich hätte wirklich geglaubt, wenn man gesagt hätte, dass das Klasse 3 ist, weil die Zelleger wirklich riesig waren und der Effekt sehr edel aussah. Also eine tolle Batterie kann ich euch wirklich nur empfehlen. Zaubert ein wunderschönes Bild in den nächtlichen Himmel. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss.